Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Als erstes möchte ich jetzt einfach mal was zu den Mods sagen, beziehungsweise zu dem einen Mod, den ich vorgestellt habe, wo ziemlich viele Kommentare gekommen sind, dass es viele Leute nicht hinbekommen haben. Und da habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, ihr könnt mir jetzt eine Nachricht schicken mit dem Betreff TeamViewer und da könnt ihr mich dann fragen, ob ich euch bei dem Mod helfen könnte, den zu installieren. Und dann schreibt ihr mir einfach eure ID von TeamViewer und euer Passwort und dann könnt ihr mich auch noch bei Skype adden. Schreibt mir einfach diese Nachricht, dann antworte ich auch mit meiner Skype-Addy und dann, wenn ihr online seid, versuche ich euch dann das zu installieren, wenn ihr es selber nicht hinbekommt. Und ich kann auch gerne noch andere Mods dazu installieren, falls es denn funktioniert und ihr es auch nicht alleine schafft. So, und dann noch eine zweite Sache. Und zwar könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben oder zum Beispiel auf meinem Profil einen Kommentar schreiben, welche Mods ich mal vorstellen soll. Und ich werde dann versuchen, diesen Mod auch irgendwann mal vorzustellen, was denn wahrscheinlich noch in der gleichen Woche passieren wird, wenn ich denn auch Zeit habe, was ich eigentlich wieder haben sollte. Und ja, Videos werde ich auch gleich noch machen und dann direkt hochladen und ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr findet es jetzt gut, dass ich euch über TeamViewer helfe. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon von diesem kleinen Infovideo und dann, ciao.